Lass uns über das Körperbild reden. Viele Menschen, die sich mit Fitness beschäftigen, die sich um ihre Ernährung Gedanken machen, die trainieren, die rennen einem ideal Körperbild hinterher, das unrealistisch ist und das ist keine gute Idee. Meine These ist, zum Glück sehen die meisten von uns nicht wie Fitnessmodels aus. Du hast Fitness mit Marc und dies ist Folge 485. Werbepartner dieser Folge ist Koro. Bei Lebensmitteln achte ich auf drei Dinge. Punkt Nummer 1 ganz vorne gute Qualität, Punkt Nummer 2 Einfachheit beim Einkaufen und Nummer 3 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Koro bietet alles 3. Du bekommst dort online ein gutes Sortiment von Lebensmitteln, die du dir ganz einfach nach Hause bestellen kannst und das Ganze auch zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade wenn du, so wie ich, gerne größere Mengen bestellst. Ich bin da eher so wie bei L'Oreal, Papa und Deportas, derjenige, der immer gleich ganz viel bestellt, damit ich dann nicht so häufig nachbestellen muss. Eins meiner Lieblingsprodukte bei Koro sind die Ingwer-Shots. Im Gegensatz zu anderen Produkten ist hier kein Zucker drin, sondern einfach nur Ingwer pur. Am besten schmecken die Shots, finde ich, wenn du sie mit Mineralwasser verdünnst und noch etwas für den Geschmack dazugibst. Zum Beispiel den großartigen Bio-Centure-Tee aus Japan. Auch den gibt es bei Koro. Klick dich durch das Sortiment durch bei korodrogerie.de und mit dem Code FMM wie Fitness mit Marc bekommst du noch mal 5% auf deine Bestellung. Die Adresse ist korodrogerie.de Gott sei Dank sehen die meisten von uns nicht wie Fitnessmodels aus. Ich beschäftige mich seit nunmehr zwölf Jahren hauptberuflich mit dem Thema Fitness, habe viele, viele Artikel drüben auf Marathon Fitness geschrieben, diese ganzen Podcast-Folgen produziert und mehrere Bücher geschrieben. Alles zum Thema nackt gut aussehen, schlank werden, Muskeln aufbauen, Kraft steigern, definiert werden und so weiter. Und in all der Zeit habe ich exakt denselben Körpertyp wieder und immer wieder gesehen. Gerade dann, wenn ich google nach Fitnessmodels oder nach Fitnessthemen oder auf sozialen Medien mich natürlich auch beruflich mit dem Thema beschäftige, dann zeigt mir der Algorithmus immer bestimmte Körperbilder an, die hier offenbar mit einem Ideal assoziiert werden. Und wenn du mich fragst, dann finde ich, das wird nach einer Weile echt langweilig. Ich bin es leid, diese typischen Klischee-Fitnessbilder zu sehen, weil ich finde, das, was mir der Algorithmus anzeigt, irgendwie alles ein bisschen generisch, ein bisschen gleich aussieht. Und das Witzigste ist häufig, wenn ich mir die Kommentare unter YouTube-Videos zum Thema Fitness oder die Kommentare auf Foren oder anderen sozialen Medien anschaue, dann gibt es da ganz häufig Bewertungen über die Menschen, die auf den Fotos oder in den Videos abgebildet sind. Ein schönes Beispiel ist der Schauspieler Hugh Jackman, Wolverine, aus meiner Sicht einer der fittesten Hollywood-Schauspieler unserer Zeit. Ja, und was liest du da in den Kommentaren? Trainiert der überhaupt die Beine? Häufig gepaart mit Rechtschreibfehlern. Jo, Wolverine hat ja überhaupt keinen Hintern. Das geht ja gar nicht, der sollte mal Beine trainieren. Oder mein Favorit. Hey Leute, ich weiß, Muskelkater vom Beintraining ist echt hart, aber Wolverine sei ein Mann, trainiert die Beine. Hey Leute, geht's noch? Hugh Jackman stemmt regelmäßig an die 200 Kilo für fünf Wiederholungen. Könnte er noch mehr beim Kreuzheben anheben? Könnte er beim Kniebeugen noch mehr Gewicht drauflegen? Könnte er, wenn er den Fokus noch mehr auf seine Beine legt? Vielleicht auch noch mehr Muskulatur an den Beinen aufbauen? Kann gut sein. Und es kann auch sein, dass er einfach im Oberkörper besser veranlagt ist und der Oberkörper sich besser entwickelt als die Beine. Und die zweite Frage ist ja, was ist überhaupt sein Ziel? Ist es immer erstrebenswert, möglichst viele Muskeln an den Beinen aufzubauen? Nun, wenn die Beine zu muskulös werden, dann wird es schwierig, Hosen zu finden, die passen. Und auch für die Ladies da draußen ein häufiges Problem für Frauen ist, wenn sie zu viele Muskeln aufbauen, dass ihre Beine, ihr Po, ihre Hüften vielleicht mehr wachsen und über das Maß hinaus wachsen, dass sie sich eigentlich vorgenommen haben. In dem Beispiel mit Hugh Jackman würde ich Geld drauf wetten, dass der Schauspieler wahrscheinlich in viel besserer Form ist, als jeder Einzelne, der da einen Kommentar abgegeben hat. Schließlich kommst du nicht so einfach in Topform, wie du an der Bar einen Drink bestellst. Du kannst auch nicht erwarten, dass du genau das Aussehen erreichst, das du dir wünschst. Vor allem dann nicht, wenn deine Anlagung sich von der einer bestimmten Person unterscheidet, die du dir zum Vorbild genommen hast. Diesen Prozess beobachte ich häufig, vor allen Dingen bei jungen Männern. Sie entdecken das Bild eines Schauspielers oder eines männlichen Fitnessmodels, der richtig gute Gene hat, also richtig gut veranlagt ist für eine Fitnessfigur, für so eine Idealfigur. Häufig sind da auch Drogen im Spiel, häufig sind auch Steroide im Spiel. Und dann wenden sie sich an einen Fitnesscoach, vielleicht schreiben sie mir oder jemand anderem und sagen, hey, ich will genau so aussehen. Meinst du, ich könnte das in den nächsten, sagen wir mal ein bis zwei Jahren erreichen? Dann bekommen sie einen Plan, legen los, kommen in eine fantastische Form, aber der ganze Prozess dauert länger als erwartet. Ja, und dann haben diese jungen Männer das Gefühl, etwas falsch zu machen oder sie sind enttäuscht, wenn sie am Ende nicht genauso aussehen wie der Schauspieler oder das Fitnessmodel. Ja, und was ist mit den Frauen? Frauen haben es meiner Meinung nach in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt leichter als Männer. Wir Männer können unseren Körper durch Ernährung und Sport in einem größeren Maße verändern als Frauen, weil wir einfach mehr Potenzial haben, um Muskulatur aufzubauen. Frauen können da auch einiges tun mit der richtigen Ernährung und Training. Sie können eine Menge erreichen, aber eben nicht ganz so viel wie Männer. Und ich glaube, der Gedanke, dass Frauen durch ihre Gene ein bisschen stärker eingeschränkt sind, ist nicht zu weit hergeholt. Und es kommt noch was dazu. Die meisten Frauen empfinden viel mehr Druck, attraktiv auszusehen als Männer. Und ich verstehe den Gedanken sehr gut, dass Frauen häufig das Gefühl haben, dass sie sehr viel weniger Kontrolle über ihr Aussehen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich sehr stark nach dem beurteilt fühlen, worüber sie keine Kontrolle haben. Und dann gibt es noch Männer da draußen, die sowas in der Richtung sagen wie, hey, Frauen haben es leicht, die müssen nur auf ihre Ernährung achten und schlank bleiben. Wir Männer, wir müssen auch noch trainieren und Muskeln aufbauen und auf unsere Ernährung achten, um schlank zu bleiben. Tja, und das ist einfach ein Mann, der dann das ganze Bild nicht sieht. Denn das ist zumindest meine Meinung, wenn es um das Aussehen geht, dann empfinden die meisten Frauen viel mehr Druck als die meisten Männer. Und deswegen ist es eine gute Gelegenheit, mal über das Thema Körperbild zu reden. Einerseits Körperbild von Frauen, darum geht es in dieser Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann um das Körperbild der Männer. Trotzdem gibt es da Überschneidungen. Also egal, ob du jetzt als Männlein oder Weiblein zuhörst. Beide Themen sind, denke ich, für dich interessant und hörenswert, hoffe ich zumindest. Wir starten also mit dem weiblichen Körperbild. Und es kommt mir als Mann immer noch ein bisschen komisch vor, über weibliche Körperthemen und die besonderen Herausforderungen von Frauen zu reden. Auch wenn ich das schon seit über zehn Jahren hauptberuflich mache, aber es fühlt sich irgendwie immer noch weird an. Ich habe trotzdem nicht vor, damit aufzuhören, denn unter den Zuhörenden hier sind ziemlich genau 50-50 Männer und Frauen. Also scheine ich ja irgendwo ein Händchen dafür zu haben, Frauen zu helfen, etwas für ihre Fitness und Gesundheit zu tun und zwar so, dass sie sich gut damit fühlen. Und ich gebe zu, früher, als ich jung und ahnungslos war und mich selbst gerade erst mit dem Thema Fitness angefangen habe zu beschäftigen, dachte ich, dass Frauen es ziemlich leicht haben, um in Form zu kommen, um eine fitte, gesunde Figur zu erreichen. Ich dachte, einfach ein bisschen auf die Ernährung achten, ein bisschen Sport treiben und schon, zack, ist der sexy Körper da. Mir war schon klar, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Frauen, wie im Übrigen auch der Männer, die genetische Voraussetzung hat, um ein Topmodel zu werden. Aber ich dachte, die meisten Menschen könnten schon leicht eine Figur erreichen, die dem Otto-Katalog würdig ist. Jetzt, wo ich Mitte 40 und unglaublich weise, nein, ich glaube, dafür brauche ich noch mal 45 Jahre, sind mir ein paar Dinge über Frauen und Fitness aufgefallen und die möchte ich hier mit dir teilen. Punkt Nummer 1, Training macht nicht alles perfekt. Eine Frau kann ihre Brüste nicht ohne OP vergrößern und sie wird höchstwahrscheinlich zumindest etwas Zellulite haben, egal wie fit sie ist. Ja, und sie kann das Aussehen ihres Hinterns nur teilweise verändern. Punkt Nummer 2, Frauen haben eine kleinere Fehlertoleranz bei ihrer Ernährung. Eine durchschnittliche Frau verbrennt pro Tag einfach weniger Kalorien als ein durchschnittlich großer Mann. Ja und in einer Zeit, in der viele Lebensmittel frei verfügbar sind, die eine extrem hohe Kaloriendichte haben, gerät eine Frau leichter in einen großen Kalorienüberschuss als ein Mann. Wir Männer haben einfach ein bisschen mehr Spielraum bei unserer Ernährung. Drittens können Frauen genauso hart trainieren wie Männer. Die meisten Frauen haben keine Angst mehr vor Muskeln und das ist eine gute Nachricht und auch eine schöne Veränderung, die ich in den letzten 10 bis 15 Jahren festgestellt habe. Frauen wollen also Muskeln aufbauen. Sie wollen auch schlank werden. Das gilt im Übrigen auch für die meisten Männer, die hier zuhören. Ich habe ja im letzten Jahr gerade eine Umfrage durchgeführt, aber Frauen wollen zusätzlich auch noch weiblich aussehen. Frauen haben kein Problem damit, genauso hart zu trainieren wie Männer. Und aus meiner Sicht sind die Frauen auch das stärkere Geschlecht. Ich habe eine Geburt live mitbekommen, nämlich die Geburt unserer Tochter und der Respekt vor meiner Frau, der hat sich seitdem mindestens noch mal verdoppelt. Das, was Frauen bei einer Geburt durchmachen und hinter sich haben, absoluter Respekt. Ich weiß nicht, ob wir Männer in der Lage wären, das auszuhalten. Ich glaube eher nicht. Tja und es gibt einige Dinge, die sich nicht durch Ernährung und durch Training kontrollieren lassen und verändern lassen. Zum Beispiel die Größe der Brüste. Es gibt keine speziellen Übungen, um die Brustgröße zu erhöhen. Außerhalb von plastischer Chirurgie kann eine Frau ihre Brüste nicht vergrößern. Klar, sie kann die Brustmuskulatur ein bisschen auftrainieren, darf dabei aber gleichzeitig vorsichtig sein, dass die Brustmuskeln im Vergleich zu den Brüsten nicht zu groß werden. Ja und dann gibt es da draußen viele, viele Fotos von weiblichen Gesäßen. Wenn du auf YouTube oder Instagram Fitness Content konsumierst, dann hast du die bestimmt schon mal gesehen. Das sind fast so meme-artige Bilder oder Video-Thumbnails. In der Regel siehst du da eine Nahaufnahme einer Frau mit einem perfekten Hintern. Oder manchmal siehst du einfach nur den Hintern der Frau und darunter steht irgendein catchy Satz oder eine bestimmte Phrase, die dich dazu motivieren soll, dann das Video zu gucken. Häufig wird dabei impliziert, dass dieser makellose Hintern das Ergebnis von vielen, vielen Kniebeugen ist. Und verstehe mich richtig, ich mag Kniebeugen, das ist eine wunderschöne Übung, aber eine bestimmte Optik nur auf eine einzige Übung zurückzuführen, ist nicht sonderlich seriös. Natürlich kann eine Frau ihre Gesäßmuskeln trainieren, aber das Aussehen des Hinterns wird zum großen Teil von der natürlichen Fettverteilung bestimmt. Es gibt Frauen, die einen makellos geformten Hintern haben, ohne jemals in die Nähe eines Squat-Racks gekommen zu sein. Wenn es um das Aussehen des Hinterns geht, übrigens nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern, dann spielt auch die Veranlagung eine große Rolle. Und wenn es dir nur um die Optik geht, dann spielen auch die Proportionen eine große Rolle. Es gibt Frauen, die sich beim Kniebeugen vielleicht ein bisschen zurückhalten sollten, wenn sie wegen der Optik trainieren, wenn ihre Gesäß- und die Oberschenkelmuskeln schon größer sind, als sie es sich eigentlich wünschen. Und dann gibt es noch ein Phänomen, von dem ich fast gar nicht glauben kann, dass es sowas gibt, aber das ist die Oberschenkellücke. Was damit also gemeint ist, ist, wenn du dich hinstellst und ganz normal stehst, dass dann eine Lücke zwischen den beiden Oberschenkelinnenseiten vorhanden ist. Wie gesagt, ich kann gar nicht glauben, dass das irgendwie ein Schönheitsideal sein sollte. Was ich sagen kann, ist, einige Frauen haben eine Oberschenkellücke und einige Frauen werden nie eine Oberschenkellücke haben, egal was sie tun. Auch das ist größtenteils genetisch bedingt und meiner Meinung nach ist es auch eine ziemlich blöde Sache, sich darüber überhaupt Gedanken und Sorgen zu machen. Und wenn du mich fragst, dann sage ich, jeder Mensch sieht nackt gut aus. Ich verwende diese Phrase ja immer im Intro und bei den Inhalten, die ich kreiere. Und ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch sieht nackt gut aus. Und dabei gibt es einige Dinge, die du verändern kannst, wenn du möchtest. Und es gibt einige Dinge, die du nicht verändern kannst, weil sie angeboren sind. Ich finde, es ist eine gute Idee, das lieben zu lernen, was dir mitgegeben wurde. Und das, was du kontrollieren, was du verändern kannst, daran kannst du arbeiten, wenn es dir ein gutes Gefühl gibt. Und natürlich gibt es Trainingsbereiche, die du kontrollieren, die du verändern kannst. Zum Beispiel kannst du Muskeln aufbauen. Und zwar in den Bereichen, in denen die Muskulatur bisher unterentwickelt ist. Ja, und da, wo du schon genug Muskeln hast, kannst du auf Kraft trainieren. Also eine Trainingsform wählen, die nicht unbedingt das Volumen weiterentwickelt, sondern mehr auf Kraft setzt. Und du kannst etwas an deinem Körperfettanteil tun. Du kannst ihn auf ein Niveau bringen, das weder zu hoch ist, noch zu niedrig. Also, lass uns ein bisschen mehr über Kalorien reden. Du brauchst ein Kaloriendefizit, um Körperfett abzubauen. Ich bin dabei kein Anhänger eines bestimmten Ernährungsstils. Ernährung ist was ganz Individuelles. Und der einfachste Weg, Körperfett abzubauen, ist, so zu essen, dass du dich damit gut fühlst und gleichzeitig ein Kaloriendefizit einhältst. Die spannende Frage ist natürlich, wie viele Kalorien solltest du als Frau pro Tag zu dir nehmen, wenn du abnehmen möchtest, wenn du Körperfett abnehmen möchtest. Hier gibt es verschiedene Formeln, um das auszurechnen. Wenn es dich interessiert, steig da gerne noch mal ein. In Folge 51 habe ich das Thema behandelt. Es gibt auch einen Artikel dazu. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn du einfach meinen Kalorienrechner verwendest. Den verlinke ich dir auch noch mal in den Shownotes. Da kannst du deine Körperdaten eingeben. Unter anderem dein Gewicht, Körpergröße, Geschlecht und so weiter. Und dann bekommst du eine ziemlich gute Abschätzung, wie hoch ungefähr dein täglicher Kalorienbedarf ist und welches Kalorienziel du anstreben solltest, wenn du ein bisschen Körperfett reduzieren möchtest. Übrigens hast du auch in der Fett-Abbauphase mehr Spielraum, als du vielleicht dachtest. Angenommen, du gehst am Wochenende gerne aus, triffst dich gerne mit Freunden, bist gesellig, triffst sie vielleicht auch abends zum Essen gehen, dann kannst du hier durchaus dir ein bisschen mehr Spielraum einräumen. Nehmen wir mal als Beispiel, du würdest deinen Kalorienbedarf ausrechnen, kommst irgendwo bei 1500 Kalorien am Tag raus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eine gute Strategie ist, in solchen Fällen von Montag bis Donnerstag ein bisschen mehr drauf zu achten, vielleicht auch ein bisschen mehr ins Kaloriendefizit zu gehen, sodass du dir einen kleinen Puffer raushandelst, den du dann am Wochenende draufschlagen kannst, sodass du im Durchschnitt auf die 1500 Kalorien kommst. Hier ist ein Beispiel für eine Woche, in der du durchschnittlich auf den 1500 Kalorien pro Tag landest, aber am Freitag und am Samstag hast du die Möglichkeit, Gas zu geben, mal 5er gerade sein zu lassen und dir ein bisschen mehr Raum zu geben. Und klar, das ist nur ein Beispiel, es geht mir hier ums Prinzip. Angenommen, du nimmst Montag bis Mittwoch 1000 Kalorien zu dir, bist also 500 Kalorien unter deinem eigentlichen Ziel, Donnerstag ist du auf Bedarf und nun hast du 1500 Kalorien, also im Prinzip den ganzen Tag zusätzlich, den du auf Freitag und Samstag verteilen kannst, wenn du da mit Freunden losgehst. Du könntest also am Freitag 700 draufschlagen, dann landest du bei 2200 und am Samstag nochmal 800 draufschlagen, dann landest du bei 2300 Kalorien. Ja und am Sonntag isst du zum Beispiel dann ganz normal nach Bedarf oder du könntest auch ein bisschen drunter bleiben und am Samstag noch mehr. Am Ende ist entscheidend, wo du in der Wochenbilanz landest. Du kannst also durchaus einzelne Tage miteinander ausgleichen und das gibt dir Spielraum für die Dinge, die das Leben lebenswert machen. Und wenn du mich fragst, ich glaube genau das Kalorienziel pro Tag, jeden Tag exakt einhalten zu wollen, ist eine ziemliche Quälerei und du kannst dranbleiben und Dinge wie eine Happy Hour, einen Brunch, einen schönen Grillabend genießen. In den meisten Fällen ist es einfach viel angenehmer, die Tage so einzuteilen, dass du Raum hast für mehr Kalorien an Tagen, an denen du da Bock drauf hast und wo sich das ergeben darf und trotzdem am Ende deine Ziele zu erreichen. Ich mag diese Flexibilität und das ist auch ein Ansatz, den ich in meiner eigenen Ernährung seit vielen, vielen Jahren nutze und der mir Freiheit gibt. Okay, soviel erstmal zur Ernährung. Lass uns über das Training reden, konkret Trainingstrategien für Frauen. Bevor ich auf Training für Frauen eingehe, möchte ich etwas erwähnen, was viele Trainer da draußen und Trainerinnen vielleicht irritieren sollte. Ich habe an anderer Stelle schon gesagt, Frauen sollten keine Angst vor schweren Gewichten haben und dabei bleibe ich auch. Und natürlich ist es möglich, dass eine Frau durch Krafttraining, durch Muskelaufbautraining für ihren Geschmack zu viele Muskeln aufbaut, zu massig wird. Viele Frauen sind vor allen Dingen an den Beinen, an den Hüften oder am Po gut veranlagt, um Muskeln aufzubauen. Und wenn sie von Natur aus gut veranlagt sind und dann noch zusätzlich durch das Training Muskelmasse aufbauen, dann kann es schon sein, dass sie dann sagen, hey, das ist mir ein bisschen zu viel. Das ist natürlich total individuell und gleichzeitig möchte ich das auch nicht pauschalisieren. Nun wird jede Frau von Krafttraining massig, definitiv nicht. Und die Frage ist ja auch, was ist dein Ziel, womit fühlst du dich wohl? Einige finden eine muskulöse Figur wunderschön, andere mögen es lieber etwas weniger muskulös und es ist alles gut. Wenn wir in dem Kontext die Frage stellen, ob es Frauen gibt, die durch traditionelles Muskelaufbautraining mehr Muskeln aufbauen, als sie gerne hätten, dann ist die Antwort, ja, auf jeden Fall gibt es die. Und hier gibt es eine einfache Lösung. Wenn du an den Punkt kommst, dass du feststellst, dass eine Muskelgruppe so groß ist, wie du sie gerne hättest, dann darfst du danach dein Training anpassen. Am besten trainierst du diese Muskelgruppe nicht unbedingt weiter so, dass die Muskeln noch größer werden. Und ich höre in dem Kontext immer wieder sonderbare Dinge von Trainern, zum Beispiel Aussagen wie, es ist völlig unmöglich als Frau zu viele Muskeln aufzubauen, weil du als Frau ja nun mal nicht den Hormonspiegel hast, der für den Aufbau großer Muskulatur nötig ist. Und manchmal hörst du auch Aussagen wie, du musst unbedingt noch mehr Muskeln aufbauen, um noch mehr Kalorien pro Tag zu verbrennen. Oder du musst erst Muskeln aufbauen, bevor du Fett abbauen kannst. Oder deine Jeans werden nun mal enger, wenn du richtig trainierst. Auch hier wiederhole ich einfach meine Aussage von eben. Wenn eine Muskelgruppe so groß ist, wie du sie gerne hättest, dann passt dein Training an, wenn du nicht möchtest, dass sie noch größer wird. Wie passt du dein Training am besten so an, dass du deine Muskulatur erhältst und sie nicht aber noch weiter vergrößerst? Wir haben eben schon über die Ernährung gesprochen. Die spielt natürlich eine Rolle. Erst wenn du genug isst, würdest du überhaupt Muskeln aufbauen. Zweitens brauchst du aber natürlich einen Trainingsreiz. Und jetzt kommen wir nochmal zu drei Dingen, auf die du im Training achten kannst, um hier die richtigen Reize zu setzen und nicht in den Muskelpartien auch noch Wachstumsreize zu setzen, bei denen du sagst, okay, da bin ich zufrieden mit dem Volumen, das ich habe. Trainingstipp Nummer 1. Am besten vermeidest du es, bis ans Muskelversagen zu trainieren. Es sei denn, du willst deine Muskelgruppe vergrößern. Das Training bis ans Muskelversagen oder bis nahe ans Muskelversagen schafft gute Voraussetzungen für Muskelwachstum. Das ist ein starker Wachstumsreiz. Warum das Ganze nun? Die Muskulatur wird durch diese Art von Training leichter geschädigt und sobald der Muskel durch Ruhe, durch Regeneration und eben die richtige Ernährung wieder repariert ist, wird er ein bisschen größer werden. Das Prinzip der Superkompensation. Ja und auf diese Weise wird ein Muskel mit der Zeit immer größer. Wenn du einen Muskel nicht weiter vergrößern willst, solltest du also ein paar Wiederholungen vor dem Muskelversagen aufhören. Also mindestens eine, vielleicht auch zwei oder drei Wiederholungen vorher. Und das bringt mich zum Trainingstipp Nummer 2. Du kennst wahrscheinlich diesen Spruch, feel the burn, also das Brennen zu spüren im Muskel, wenn du eine Kraftübung machst. Wenn du verhindern möchtest, dass ein Muskel schneller wächst, als dir lieb ist, dann trainierst du so, dass die Muskeln nicht so stark brennen. Du trainierst also mehr wie ein Gewichtheber oder ein Powerlifter und weniger wie ein Bodybuilder. Bodybuilder arbeiten häufig mit etwas leichteren Gewichten und höheren Wiederholungszahlen, bekommen dann auch so einen intensiven Pump in der Muskulatur. Und Powerlifter und Gewichtheber, die halt mehr auf Kraft aus sind und nicht so stark auf Masse. Die trainieren mit schwereren Gewichten und weniger starken Wiederholungszahlen. Das gepaart mit Tipp Nummer 1, also nicht bis ans Muskelversagen ranzugehen, hilft dir dabei, weiter stärker zu werden. Du kannst dir also weiterhin schöne, ambitionierte Trainingsziele setzen, verhinderst aber gleichzeitig diese optimalen Wachstumsbedingungen für den Muskel. Natürlich kannst du auch das Trainingsvolumen einfach für bestimmte Übungen reduzieren und die freigebordene Zeit nutzen, um an Schwachstellen zu arbeiten, also Bereichen, an denen du zusätzliche Muskeln aufbauen möchtest oder ganz andere Dinge zu trainieren, vielleicht für einen Handstand oder eine bestimmte funktional anspruchsvolle Übung. Und das bringt mich zum dritten Trainingstipp. Du kannst strategisches Kardiotraining einsetzen, um ein größeres Kaloriendefizit zu erzeugen oder einfach mehr Spielraum bei der Ernährung zu haben. Wir haben ja schon festgestellt, dass Frauen etwas weniger Spielraum haben, um durch die Ernährung ein Kaloriendefizit zu erzeugen. Und du kannst einfach durch Bewegung im Alltag, durch Kardiotraining, durch alles, was deinen Kalorienverbrauch am Tag erhöht, diesen Spielraum vergrößern. Egal, ob du laufen gehst, ob du Rad fährst, zum Schwimmen in die Schwimmhalle gehst, Wanderungen machst, mit dem Hund spazieren gehst, mit den Kindern auf dem Spielplatz, was auch immer. All das ist ein großartiger Ausgleichsfaktor. Und all das sind die Dinge, die ich unter das K der Marktformel zusammenfasse. Du kannst ein paar Mal pro Woche mehr Bewegung in deinen Alltag aufnehmen. Das fühlt sich gut an und du erhöhst gleichzeitig den Spielraum für einen Kaloriendefizit, ohne dass du dich allzu sehr bei der Ernährung einschränken musst. Ich hoffe, an der Stelle waren ein paar Gedanken dabei, die dir helfen. Vielleicht war es auch einfach nur interessant. Generell sind das natürlich auch Grundsätze, die auch Männer für sich nutzen können. Auch wenn die Grundsätze die gleichen sind, sind doch die Themen, mit denen Frauen zu uns kommen, häufig andere als die Themen, mit denen Männer zu uns kommen. Und deswegen setzen wir an der Stelle in der nächsten Folge fort. Da geht es dann um die Herausforderungen, denen Männer gegenüberstehen, wenn es darum geht, ihr körperliches Potenzial auszureizen. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcasts gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.